Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute ist der Donnerstag, der 29. August 2019. Ihr hört Geek Talk Daily 684 und ich habe die folgenden Themen mit dabei. Apple Music, Glasgow, Mate 30, Messenger-Übersicht und Outlook Mobile sowie PS Plus. Ich beginne gleich mit Apple Music. Wer das Ganze auf Android nutzt, und ja, das geht ja jetzt doch auch schon ein Weilchen, der bekommt nächstens was Neues spendiert, was sicherlich sehr viel Spass machen wird, nämlich ein Chromecast-Support. Chromecast ist ja die Geschichte, womit man Ton und Video in Richtung einem fähigen Gerät streamen kann, so wie man es bei Apple mit Airplay kennt, einfach aus der Google-Welt. Heisst, ihr könnt bald schon Musik an euren Fernseher, an euren Speaker oder auch an Google Home oder was ähnliches schicken. Das Ganze soll automatisch eingeblendet werden, sobald kompatible Geräte im Weg sind, genau im Weg sind, sobald kompatible Geräte in der Nähe sind und somit halt Apple-typisch sauber abläufen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Glasgow, eine schöne Stadt in den nördlichen Gefienden von Grossbritannien, hat jetzt, so wie es ausschaut, das grösste Apple-Bildungsprogramm gestartet. Die ersten Tests gingen schon durch in Grund- und Sekundarschulen und jetzt kommt es soweit, dass 47.100 iPads verteilt werden, sowie noch zusätzlich 4.900 iPads an Lehrer und die sollen dann mit den Gerätschaften lernen. Das finde ich ganz toll. Wir haben ja hier in der Schule bei uns auch iPads im Einsatz, auch andere Geräte sind da unter anderem im Einsatz und ja, das Digitale, das Neue ist auf jeden Fall begrüßenswert, wenn man da in die Richtung geht. Wenn man noch bedenkt, dass da auch noch jüngere Schüler mit dabei sind in den Schulen, die noch kein iPad bekommen, aber dennoch Zugang haben sollten, sollen sich um ca. 70.000 Kinder handeln, die eben Zugriff auf die neuen Lehrmittel bekommen. Das gesamte Projekt kostet irgendwas um die 300 Millionen Pfund, dazu gehört natürlich auch ein Serviceauftrag oder Vertrag besser gesagt und ja, über den genauen Preis wurde natürlich wieder mal Stillschweigen geboten, aber für Apple ist das ja auch immer Werbung wie für Google mit ihren Chromebooks in den Staaten und für Microsoft mit ihren Surface-Modellen etc. Soweit macht da halt ein Hersteller auch mit und dann natürlich ein bisschen schönere Preisen. Wo ein Hersteller nicht mitmacht, und das ist Google, ist beim Mate 30, denn das soll anscheinend keine Lizenzierung für Android bekommen haben und für die ganzen Google-Dienste. Das pure Android können sie ja drauf machen, weil Open Source, aber die ganzen Google-Dienste, wie der Play Store, die Musik und all das, was da noch zusammenhängt, das soll nicht gelten, weil durch das Embargo oder durch die Geschichte, die Trump da eingeschränkt hat, hat er zwar zum zweiten Mal jetzt um 90 Tage die ganze Frist verlängert, aber dabei geht es einzig und allein um bestehende Geräte und nicht um neue Geräte und das Mate 30, was irgendwann im September anscheinend in München vorgestellt wird, ja, das soll eben kein Update bekommen. Was Huawei jetzt machen wird, in welche Richtung das Sie gehen, den Termin verschieben, darauf hoffen, dass das Ganze bis dann stillgelegt ist oder vielleicht Ihr eigenes Betriebssystem draufklappen, das weiss man nicht, das wird man dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen und oder spätestens eben bis zu dem Datum mitbekommen. Zu guter Letzt kommt noch ein kleiner Hinweis, oder wie gesagt, drei kleine Hinweise in eigener Sache, fast eigener Sache. Zum einen, auf dem Pogipsi-Blog ging gestern ein Messenger-Übersicht-Artikel online. Wir werden in nächster Zeit neben dem Facebook-Messenger und natürlich WhatsApp andere Messenger vorstellen. Das ist Line, Telegram, Treema und Wire. Das sind Apps, die noch nicht so verbreitet sind, aber wir finden, es sollte mehr angeschaut werden und deshalb sind wir aktuell am Testberichte schreiben, die in diese Richtung gehen. Wer sich da informieren möchte, heute kommt der erste Beitrag online und das ist Telegram. Da werden wir das Ganze ein bisschen genauer beleuchten und dann in den nächsten zwei, drei Wochen folgt ein Artikel dem anderen. Dann gestern grossmundig angekündigt, weil ich es gelesen habe und nicht nur auf dem Blog, den wir verlinkt haben, sondern auf zwei, drei Blogs und natürlich auch auf Twitter. Ja, Outlook, die mobile App wird neu vorgestellt, neu überarbeitet und bla bla bla, hieß es alles. Habe ich auch so weitergegeben und heute kommt Microsoft und sagt, du, ja, wir machen da was, es gibt ein Update und zwar, ihr bekommt die Outlook App für Android und für iOS im Dark Mode. Ja, mit Android 10 und iOS 13 und macOS etc. Windows ist irgendwie der Hype für Dark sehr, sehr gross und Microsoft hat ja schon länger angekündigt, dass ihre Apps auch bald mal Dark werden und anscheinend ist jetzt eben Outlook die erste App. Also so mit Don't Trust, aber ja, schwarze Apps, genau. Ich habe ja auf mir gehofft, aber da war ich, glaube ich, nicht ganz der Einzige. Zum letzten Thema heute, PS Plus. Wer von euch eine PlayStation besitzt, der kann noch kurz dranbleiben. Alle anderen können schon verschwinden in den Tag. Es ist wieder mal soweit, die neuesten Artikel sind oder die beiden neuen Spiele sind bekannt gegeben. Batman Arkham Knight und Dark Sider 3. Wer mehr zu den beiden Spielen erfahren möchte, ein Beitrag ist in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch verlinkt. Besten Dank fürs Reinhören. Euch einen schönen und wunderbaren Tag. Habt Erfolg. Geniesst den Tag. Und wenn ihr mögt, kommt morgen wieder zum letzten Tag der Woche. In dem Sinne, euch einen schönen Tag. Euer Bo Gipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.